Hallo zusammen, ich möchte euch die Fotokurse empfehlen bei der Volkshochschule in Karlsruhe. Also ich selbst habe früher analog fotografiert und auch schwarz-weiß Fotos selbst entwickelt und habe inzwischen eine Digitalkamera und häufig das Gefühl, dass die Digitalkamera mich beherrscht und ich nicht sie. Deswegen möchte ich auch gerne einen schwarz-weiß Fotokurs mit der Digitalkamera machen, die an der Volkshochschule im Frühling angeboten worden ist. Ja, und dann würde ich gerne loslegen. Ja, und dann würde ich gerne loslegen. Untertitelung des ZDF, 2020